Diese vom LSVD Sachsen koordinierte Aktion wird in Zusammenarbeit mit vielen Partnern organisiert. Der Rainbow Flash ist auch ein Zeichen der Verbundenheit mit den Menschen in den über 70 Ländern, in denen Homosexualität immer noch strafbar ist. In sieben Ländern werden homosexuelle Handlungen sogar mit der Todesstrafe belegt. Auch deswegen findet diese Aktion insgesamt in über 80 Städten auf der Welt statt. Von Novosibirsk bis New York, von Paris bis Vladivostok, von Peking bis...